Sag doch einfach mal BAM! Nochmal hier, BAM! Wo ist er? Äh, es ist nur ein kleines Doodle. Oh, da war einfach eine nackte Frau auf der Zeichnung. Howdy, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Ich freue mich, dass du wieder am Start bist bei diesem neuen Video, Leute. Und, ähm, ja, jetzt habe ich hier irgendwie so ein Bauwerk entdeckt. Was ist denn das denn hier? Ähm, okay, da würde ich sagen, Leute, wir sind wieder mit Arthur am Start. Da würde ich sagen, gerne einen fetten Like da leisten, wenn es dir gefallen hat. Das würde mich sehr freuen, natürlich auch danken an jeden Super in der letzten Folge. Gerne dabei, wenn du mal meine Bock habt hier. Was ist das hier? Dieser alte Handelsposten in Roanoke Ridge war irgendwie interessant. Ja, wollen wir mal reingehen? Okay, das ist jetzt hier einfach so aufgekloppt. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen überraschend für mich. Voll unerwartet. Voll unerwartet hier, äh. Und ist jetzt irgendwas Praktisches? Kauzhabak haben wir hier jetzt auch noch, aber... Ist hier irgendwas Krasses vielleicht? Irgendein Geheimnis oder so? Irgendein Versteck? Irgendein so eine... Tür? Schlafen? Hier schlafen, Arthur? Nee, Alter, dann schlafe ich lieber draußen erwürgt. Das hat sie zu schlafen, ey. Was war das gerade? Geheimnis Versteck? Ah, da ist was Verstecktes. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Also mich würde es echt nicht wundern, wenn hier irgendwas passieren kann. In irgendeiner Art und Weise. Okay, dann würde ich sagen, Leute. Ich habe gerade vor der Aufnahme auf der Karte die Henry Lemieux... Ja, jetzt ist sie wieder verschwunden. Hä? Wirklich, als ich die Folge gestartet habe, war hier diese Bürgermeister-Mister. Und die ist jetzt wieder weg. Ich glaube, die startet nur in der Nacht. Ich glaube, nur in der Nacht. Jetzt ist es gerade wie spät. Schau mal kurz mal, wie spät es ist hier. Ich glaube, schon morgen, ne? So 6 Uhr, 7 Uhr ungefähr. Würde ich mal sagen. 5 Uhr 55. Ich würde dann sagen, wir schlafen doch mal bis in die nächste Nacht. Also doch gut, dass hier eine Decke ist oder so. Noch ein Bett hier. Dann würde ich sagen, schlafen wir einmal. Bis zur nächsten Nacht. Und da machen wir die Henry Lemieux-Mission. Und dann noch die Indianermission, würde ich sagen. Aber die sagen, Leute, wir hören uns dann gleich bei Saint-Denis. So, da sind wir auch schon, Leute. Dann reiten wir mal zu Henry Lemieux. Und dann mal gucken, was er so zu sagen hat. Denn wir haben ja auch den Bronze hier umgebracht. Ein wichtiger Geldgeber dieser Stadt. Ich glaube, da ist er nicht so zufrieden. Aber ich bin mal gespannt. Das müsste hier sein, die Mission. Genau, Henry Lemieux. Oder ist es diese Mission? Hier, ich glaube, das ist hier. Hey, Cracky, geh mal weg hier. Du fettes Vieh, du. Ähm, genau, da ist ein Haus hier. Hier war auch diese komische Feier. Wo wir alle erschossen haben auch. Äh? Ich weiß nicht. Äh, Lemieux. Was willst du von mir? Ja? Ja? Ähm, 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 ähm... Sorry. Ich bin für, ähm, der Herr Präsident. Ja? 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 Ähm, ähm, ähm... Ähm, ähm... Sorry. Ich bin für, ähm, der Herr Präsident. Ja. Bitte. Monsieur Lemieux? Tacitus. I know. They won't hear anything about you from me. But... Yeah, there's always a but. Of course, I'm a politician. Who needs killing? Nobody. We're not savages, merely Frenchmen. Don't be ridiculous, killing. Oh, dear. Terrifying, yes. I suppose I can do that almost as well as kill. I'm sure you can. Now, it's all very ethical. You see, I've been trying to open a major museum. A place of culture to elevate people's souls. And what do museums need? Art. And how do you buy art? I don't know. I buy art of some nasty little man from Paris selling me some destitute aristocrats collection of old masters that it turns out he may have been painting himself. Ouch. Ouch indeed. But these are good paintings. I can't make the difference. And I'm French. Only this even nastier little man from New Haven has come here to verify my paintings and he's saying that they're all fake. So? So perhaps he can be persuaded to revise his opinion. Oh, he's been so beastly. Exactly. Now, Jean-Marc, perhaps you can take Mr. Arthur, oh, I mean Mr. Tacitus, to meet a little professor shitface and have a word with him. Saint-Denis welcomes you like a son, sir. Bonne chance. David Arthur wieder benutzt, um irgendwelche Leute einzuschüschen. Also, ich will dann noch was Schönes bekommen hier, ja? Also, auf jeden Fall was Großes hier. Why not? So schnell wie es geht. Ah, das fahren wir schon ein bisschen üben hier, aber... Ah, wir sind glaube ich da, oder? Da würde ich sagen, hallo, Professor. Oh, was ist sein Name wieder? Professor Schifttaker? Okay, wir nennen ihn Schifttaker, Leute. Professor Schifttaker. Folge Professor, bis er einen abgeschiedenen Ort erreicht hat. Okay, dann würde ich sagen, äh, wir laufen elfmal ein bisschen und ein bisschen die Luft genießen, den Saint-Denis. Das Wetter genießen, das schöne Wetter, na ja. Ah! Da gehst du schon rein, wa, Mr. Schifttaker? Oh ja, das ist easy, das ist easy. Das ist sehr, sehr easy. Oh, ich glaube, da hat eine Frau gerade einen Mann geklärt, oder andersrum. Gönn dir, Bruder, gönn dir. Hallo, Schifttaker! Was geht's? Professor? Entschuldigung. Oh, hallo. Oh, ich glaube, das ist mit deinem Herzen, oder nicht? Oh, ich denke, ich denke, das ist sehr hartkommen, oder? Oh, ich denke, das ist nicht sehr, wie ich das sehe. Tta-Tta-Tta-Tta-Tta-Tta. Das ist eine große Anlage. Oh, das ist ein klang. Ich denke, dass mehrere Menschen beherr will. Ich persönlich. Ich denke, nein, das ist einfach ein Scheiß. Jetzt muss ich Come-Neder. Die Nuehaven wird zurück in der Neue. hey sagt es ist echt okay alles von da vinci oder was auch immer von gogh oder was auch für künstler existierten alles von denen okay alles von denen scheiß drauf sagt du einfach das ist ja echt und fertig das ist echt gesagt ist von da vinci van gogh oder was gibt es noch für künstler überall sagt alles für den original gemalt hallo jetzt sagt dass du es machst hier oder du stirbst noch mal hier rede jetzt hallo okay kommt perfekt ist nicht auch hören bruder kommt noch ein bisschen geld vielleicht noch 20 oder so dann kann er vielleicht sich damit irgendwie in der verbandskasten kaufen wo er seine verletzungen da behandeln kann war das ganz gut war ganz gut Sehr gut, Professor. Sehr gut. Ah, da bist du. Liste die Zeitung in der Bibel. Wir haben es geschafft, Jean-Marc. Hier. Der Mayor fragt mich, dir das zu geben. Oh, danke. Diese Fremde-Personen-Mission, wir können da auch vielleicht mal schauen. Der Weg des Künstlers. Ich glaube, einige sagten, wir sollen mal zu einer Bar reingehen, um mal dort einen Abstecher machen. Ich weiß nicht genau, was es für eine Mission ist. Ich hoffe, aber die Mission ist spannend. Wenn nicht, dann machen wir heute noch die Hauptmission zu Ende. Mit den Indianern, ja, und dann mal gucken. So, Cracky, kommst du bitte zu mir, Cracky? Oh, da können wir einfach hinlaufen zur Bar. Hinlaufen können wir zwar auch, aber ich glaube, mit dem Pferd ist es halt viel, viel schneller. Deswegen machen wir es mal so. Ist hier noch irgendjemand, der mich ausrauben will oder so, ey? Ich glaube nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein und... Ja, mal sehen, was derjenige von uns will. Ah, das ist der Typ. Das ist also der Typ. Buy me a drink, wenn ich hier bin. Hallo. Was? Nein. Ja, was willst du? Brandy. Zwei Brandys, kumpel. Das ist zwei Dollar ein Glas. Oh, das besser wäre gut, dann. Das ist das Beste. Danke. Santé. Jürgen, man auch da. Ah, das ist ziemlich ein Land, das du hier bautst, ey? Also, ich persönlich? Hm? Ich weiß nicht. Was machst du? Bist du nur, ich füge Leute. Ich bin sehr amerikanisch. Ich liebe es. Was machst du? Oh, ich muss mich, ich schreien, ich schreien, ich schreien, ich schreien. Oh, wie sehr frisch. Ich weiß. Ich bin schrecklich. Ich bin überall auf der Welt. Ich habe gesehen, und ich habe herausgefunden, die one eternal Wahrheit. Ich bin ein Paise, um, wie du sagst? All Ass. Asshole? Das, das auch. Das auch. Well, at least du hast ein Selbst-Knowledge. Wo warst du auf deinem Reise? All das Zivilisiertes Welt. Päinten meine kleine Bilder, meeting die locals, you know. Du bist ein Painter? Nein, ich bin ein All Ass. Ich dachte, wir haben das gemacht. Ja, ja, aber du Päint. Nicht in den Salons in Paris. Nein. Ich kann nicht draw, ich kann nicht paint, und ich sollte weggehen. Und so, ich bin weg. Du bist, Paris? Hm, das smelly, filthy place mit alten buildings und ghosts und shit und French people. Ich habe das hier. Ich glaube so. Du bist, äh... Arthur. Charles. Du bist, Arthur? Du bist nicht in Art. Es ist lies. Believe in Frauen. Sie sind die Wahrheit. Art ist lies. Aber die Vagina, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Art ist für Idioten. Du sagst so. Ach,信 mir. Ich habe beide versucht. Einer ist besser. Much besser. Das glaube ich dir, Bruder. So, ich muss dich verbrüllen. Aber hier. Was ist es? Es ist nur ein kleines Doodle. Ah, du weißt, entweder nicht wertvoll, wenn du deinen Boden mit dem weibst. Aber ich wollte dir danke für die Träume. Das war einfach eine nackte Frau auf der Zeichnung. Okay, das kann ich nicht zeigen. Das kann ich nicht zeigen. Ja, das kann ich nicht zeigen. Klar ist nur eine Zeichnung und so, aber ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig. Okay, okay. Das war mal ein interessantes Gespräch. Sehr interessant. Okay, da würde ich sagen, wir haben jetzt mal genug Nebenquests gemacht. Ah, das ist Gefängnis. Weil genau, da würde ich sagen, reiten wir erstmal zur nächsten Hauptmission. Und das ist ja Captain Monroe, stimmt. Okay, da würde ich sagen, Leute. Wir hören uns dann gleich bei Captain Monroe. Und ja, dann machen wir die Mission Ehre unter Dieben. Bis gleich, Leute. Ist hier jemand im Haus? Oder man muss ja echt alle Häuser abklappern in dem Spiel, ne? Also man weiß echt nie, ob man hier irgendwas entdecken kann. Aber nein, hier ist niemand. Oder warte mal, doch. Guter Brandy? Der Fall der Wiederspenstigen im Nebel? Geister? Ah, das ist aber ein Buch. Ich dachte schon, da wäre irgendwas mit Geistern oder so. Oder wir können Geister hier entdecken. Das wäre auch eine krasse Sache, wenn es gehen würde, ne? Einfach Geister im Spiel, ey. Guter Brandy und ein Repetiergewehr. Okay. Jetzt nicht so nützlich, aber... Keine Ahnung, also... Hier muss doch irgendwas sein, was wir entdecken können, oder? Ich glaube, wenn hier Nebel sein sollte... Gibt es im Spiel Nebel? Ich glaube, im Spiel gibt es sogar Nebel. Dann sollten wir vielleicht mal zurückkehren oder so. Keine Ahnung, ey, also... Echt geil gemacht hier, wie man hier alles entdecken kann. Dann würde ich sagen, Leute. Wirklich, bis gleich bei der Wapiti-Mission. So, Wapiti angekommen. Und auch bei Captain Monroe, also... Ey... Ich muss auch immer ein bisschen an Lucky Luke denken, irgendwie, wenn ich sowas sehe. Ich weiß nicht so. Irgendwie diese... Diese ganzen wilden Westen-Sache und einfach alles hier. Irgendwie so ein bisschen Lucky Luke-Style. Finde ich auch richtig geil gemacht, ey. Und auch diesen Indianerstammes... Wapiti-Dörfer... Der Baum fällt gleich um. Aufpassen, der Baum fällt gleich um, Alter. Die Bäume bewegen sich... Also, Windy sieht zwar nicht so... Also, ich finde, Windy sieht jetzt nicht so aus. Bewegende Bäume in Red Dead. Okay, da sollten wir aufpassen. Okay, genug stark, Leute. Ich habe hier geredet, hier. Ab zu Captain Monroe, der auch allen hier hilft. Oh, ja. Der hilft hier allen. Der ist ein Ehremann, der Captain Monroe. Ist das ein Kind, oder wie? Ah, shit. Wir sagen mal, hallo, Monroe. Hier bin ich, als gegründet. Captain Monroe. Natürlich. Der Chef hat raus, versucht, Medikationen zu finden. Es ist ziemlich ein Wettbewerb. Ja. Ich dachte, wir sind durch das alles. Wir sind. Im Moment. Colonel Favors scheint zu denken, dass die Natives ein paar Worte verabschieden, die sie nie gemacht haben. Und er hat sich, dass er sie verabschieden, indem sie die Vakzine verabschieden, die die Regierung von der Europäischen Union verabschieden. Wirklich? Er hat eine sehr gute Krieg, also vielleicht er versucht, einen anderen zu entwickeln. Ist das was du denkst? Ich versuche herauszunehmen. Er weiß, dass ich herauszunehmen. Er würde mich überraschieren, fast wie Muschitz. Er würde mich überraschieren, diese Schöne bästern. Das bedeutet? Das bedeutet, dass ich das Gefühl, dass er ein Horses ist. Er weiß, dass ich das denke. Also, wir stehen hier, versuchen, die beste Dinge zu machen. Das ist die beste Sache. Kinder, sterben von Krankheiten. Nein, das ist schrecklich. Wo ist dieses Wagen? Wo können wir ihn finden? Ich kann euch zeigen. Es ist supposed zu gehen nach einem Pediatur, nach Valentine. Aber es wurde nach links verletzt. Komm schon, Kapitän Munro. Herr Morgan, wir müssen mit der Strecke reagieren. Oh, wir werden. Wir werden sicher. Jetzt kommen wir. Okay. Ich glaube, dass ich einen Ort weiß, wo wir ihn unterhalten sollten. Geh weg, Kapitän. Arthur will einfach nur noch helfen. Er will einfach ein netter Mensch sein. Er will den Janern helfen und... ...würde er, glaube ich, damals nicht machen. Im Anfang des Spiels. Boah. Was für eine Aussicht. Er hat eine gute Nachfrage in der Region. Ich denke, meine Präsenz vielleicht vielleicht etwas besser machen. Was heißt? Ich bin darüber, dass er hier noch mehr von diesen Begräuten macht, um sich zu schützen. Jetzt kann er mit mehr Begräupt werden. Und vielleicht kann er eine stärkere Begründung zeigen. Ich liebe die Schrein zu zerstören. Ja, und nehmen ihre Horsen. Ich meine, ich weiß nicht, ob er das persönlich schreckt oder nicht. Das ist die andere Rolle. Es gibt jetzt eine Kultur in seinem Regiment. Rod hat durch den Trump. Okay. Well, du hast mir, wo du diesen Wagen findest. Und ich bekomme die Medizin für dich. Du musst nicht sein. Danke, Herr Morgan. Aber ich muss euch fragen, bitte, sei diskret. Ich kann nicht mehr Konflikten. Besonders mit Eagle Flies, jetzt in Prisodien in Fort Wallis. Ich hoffe, dass ein Gespräch wird zwischen Rainsfall und Colonel Favors. Ich verstehe. Also sollte ich den Wagen zurück nach dem Regen? Oh nein, 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 nein. Du musst nur die Begründung des Vakts. Stehle die und die Wagen der Wagen wird nur noch viel schlimmer. Okay. Okay. Du weißt, Favors hat viele Fehler. Aber ich glaube nicht, dass er kalt ist. Er war ein insekterer Mann am Ende seiner Karriere. Er versucht, etwas zu klingeln, das bereits weg ist. Er war für die Union in der Kriege. Sein Rekord war weit von illustrieren. Er ist oft der gefährlichste Mann am Ende seiner Karriere. Die haben eine Vereinbarung, dass die Impfstoffe in Nahrung kommen. Aber wie wir sehen wird es alles umgelettet jetzt hier, damit die Indianer irgendwie doch, damit die vielleicht alle wegsterben. Also das ist schon sehr dreckig. Das ist schon sehr, sehr dreckig von den Amerikanern. Oh, da ist eine fette Tür. Hallo Tür. Was geht? Ist das jetzt vielleicht die andere Seite von der Karte? Oder ist das eine Karte, die wir... Ah, das kennen wir schon. Okay, das ist nicht so neu, die Karte. Alles klar. Okay. Okay. Dann, let's go. Zum Wagen, schnell. Und da holen wir uns mal die Sachen hier ab, ey. Wo ist denn das hier? Captain Monroe. Ich glaube, Monroe ist der einzige in der Bande, der irgendwie helfen will, oder? Ich glaube, wirklich der einzige. Ich glaube, es gibt keinen, der hier selber jetzt zu sagen wird, ey, ich will den Indianern helfen. Ich will, dass es denen gut geht. Ich will, dass sie auch mit uns zusammen in Frieden leben können. Aber ich glaube, das will niemand außer Monroe. Ich will, dass sie die Karte von dieser Karte kommen. Boah, Leute. Holy shit. Gönnt euch mal Red Dead 2 in 4K. Alter. Du bist ein guter Mann, Herr Morgan. Aber ich schaue, diese Aufgabe zu sein, ein Fuhlserrand zu sein. Erstens, ich bin ein langer Weg von einem guten Mann. Zweitens, Fuhlserrands sind meine Lieblingsmöglichkeit. Das stimmt. In diesem Fall, ich kann sehen, dass wir großartig sind. Kann ich dir eine Frage stellen? Natürlich. Warum nicht nur sagen alle Menschen in Washington, was ein Idiot der Colonel Favors ist, und schau uns alle. Ein vieles Problem. Unfortunately, die Regierung nicht so gut funktioniert. Wenn du so. So. Da. Ich denke, das ist der Wagen. All right. Mach dich aus hier. Ich habe mich nur daran erinnern, dass du es clean hältst. Verstehst du mich? Nein, ich bin so clean, wie sie kommen. Das ist alles, was ich mache. Gut, Glückwunsch. Ich werde dich wieder auf der Reservation treffen. Versuch nicht, dich zu töten, Herr Morgan. Nein, nein. Ich kann es nicht. Ich versuchze.